So, da sind wir wieder zurück zu einem neuen Part, mein Headset, ne, come on, oh ne, uh oh, wartet mal, so, kurz irgendwo festgegangen muss, Kabel, jetzt können wir weiterfahren. Willkommen zurück zu einem neuen Part von Rayman Legends. Ich bin der Coparius und wie immer ist mir ein Ehre für diesen Part aufnehmen zu dürfen, jawohl, ja, mit der Olympia gehen wir weiter durch Olympus Maximus. Ohne dem Sinne, durch den Vulkan, den wir mal direkt los, ja, let's do this. So, wir holen uns mal Herzchen und reden mal über das Thema, was wir in den letzten Part schon, ja, angeschnitten haben. Und zwar das Ganze mit, äh, ich muss das gleich mal umbringen. Und zwar das Ganze natürlich hier mit, ähm, ja, Kimmich und, äh, und der, äh, ja, den Impfzweifel, sagen wir mal so, weil jetzt hab ich halt da einen Artikel gesehen quasi, dass halt viele das sogar irgendwie anscheinend, äh, erfreut hat so, weil die jetzt meinen, so, ja, jetzt können wir das theoretisch nutzen, um Kimmichs Zweifel im offiziellen Interview irgendwie, äh, zur Seite zu schieben oder ihn aufzuklären über den Impfstoff und halt, ähm, ja, jetzt haben wir alles, Boxer und Schuhe unüberflief und den Typen, der uns davon fliegt. Ähm, wir können eben seine Zweifel halt, äh, nehmen und im besten Fall dadurch dann auch die ganzen anderen Leute, die dann Zweifel haben, äh, die quasi, ja, davon auch dann mitbefreien, indem wir ihn, äh, diese Zweifel befreien. Ja, ähm, wie gesagt, ich find das eh generell kritisch, weil ich meine, wie gesagt, ähm, ist ja offensichtlich, dass ein gewisser Impfstoff mehr als genug getestet wird und, äh, und da ja Leute, Menschen äh, da stehen, die sich natürlich auch nicht wollen, dass halt irgendwie nachgeneinend so irgendwelche Langzeitfolgen da nicht treffen, ähm, wo ich mir halt denke, so, ja, weißt du, glauben die Menschheit wirklich, dass etwas freigegeben wird, was kommt halt irgendwie, klar, man weiß es jetzt, die genauen Langzeitfolgen nicht, aber bin mir sicher, wenn da irgendwie ein gewisses Potenzial erkannt worden wäre, äh, dass halt langzeittechnisch da eine Gefahr wäre, oder bestünde, dann hätte man sicherlich das nicht irgendwie so massentauglich gemacht, oder, natürlich seien die anderen jetzt ja, wie man jetzt langzeitlich, die wollen uns ja alle mit dem Schiff rumbringen, bla, 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 ähm, ja, was soll ich da gewesen sein, zu dem Shit, ey. Keine Ahnung, wie ich da hätte ohne Schadul kommen können, aber gut, da fährt ich das Herz. Oh Gott. Okay, wie ich da nicht getroffen wurde, egal. Ja, let's do all this. So, ähm, ja, ne, also, was soll ich, oh, okay, ich dachte schon, jetzt werde ich hier, jetzt schweige ich mich mir selber den Tod. Hahaha. Hahaha. Das war sehr easy, ich hatte irgendwie ein bisschen mehr erwartet, wenn ich ehrlich bin. Aber gut. Wir sind ja nur in der letzten Welt. So. Was ich aber auch irgendwie ironisch finde, ist das halt, einfach nur die Sache, ist das halt, schön ist, dass so viele Leute sich über die langzeitfolgende Impfung Sorgen machen, weil es natürlich theoretisch beständig ist, auf gewisse Art und Weise, ähm, ja, aber ja dann ja komplett ignorieren, so, wir wissen ja auch noch nicht, was die langzeitfolgende des Corona, wie muss es denn so, darüber hat irgendjemand von den Impfgegnern mal nachgedacht, so, dass man ja, natürlich ist eine Impfung theoretisch gefährlich, aber die Krankheit ist doch auch gefährlich. Äh, und als ob, also, das kann ich jetzt, wenn ich gerade selber drüber nachdenke, echt nicht nachvollziehen, wie kann dann wirklich jemand sagen, dass eine Impfung, wo wir nur, irgendwie, tote Zellen oder sonst was davon haben, gefährlicher ist, als das, als das Virus selber, oder unbedenkt, also, das Virus selber zu bekommen, anscheinend unbedenklich ist, oder die große Gefahr zu haben, das Virus zu bekommen, das kann ich, ja, ja, aber gar nicht nachvollziehen, warum man denn so bitte denken möge. Auch, also, komm ich gerade nicht mal klar. Aber auch von dem Spektrum her, dass halt, wie gesagt, man auch die Langzeitfolgen einer Corona-Erkrankung, ich weiß, wie meine, meine Familie, ne, meine Schwester, meine Mutter, mit Vater haben alle, sich das Virus zugezogen, oder weiß, wissen wir ja auch nicht, äh, wie das dann in Zukunft mit denen aussieht, ähm, ob das auch, mehr Komplikationen für die in der Zukunft haben wird, von denen wir noch nichts wissen, weil, bei meiner Mutter war es ja auch so, sie meinte ja so, dass hier Geschmacksinn auch monatelang nach, nachdem sie das Virus schon vorbei war, auch noch beeinträchtig war, es kann sein, dass diese Zellen noch rund, was weiß ich, dauerhaft beschädigt bleiben, ähm, wie kann man denn sagen, dass die, also, das ist, das, dass man sich lieber die Chance nehmen will, ein gefährliches Virus zu bekommen, man schätze ich nur irgendwie, einen Teil dieses gefährlichen Virus einzunehmen, und so, was, naja, ähm, was ja alles noch ironischer ist, ist ja auch, äh, der, der Trainer halt, der Mannschaft von Bayern, den Nagelsmann sich ja auch dann, in Krone eingefangen hat, und was dann noch ironischer ist, dass dann der Spieler Bayerns sich dann denkt so, du brauchst trotzdem keine Impfung, lol, oder ist mir trotzdem zu risky, lieber will ich mir das Virus einfangen, ähm, oder lieber will ich die riesige Chance haben, um mir das Virus einzufangen, so, okay, äh, interesting opinion, bro, ähm, wie gesagt, bei allen Ehren, so, ist natürlich, äh, es ist wie gesagt, auf gewisse Weise, verständlich, und ich bin auch ein Mensch, der immer sagt, äh, man sollte halt nicht alles immer, für Bayern Münze nehmen, und auch einen, kritischen, kritischen Gedanken immer haben, ähm, aber, das, was die Menschen machen, geht halt immer so ein Stück zu weit, und das Problem ist halt jetzt auch, nicht, dass, Herr Kimmich, ne, der scheint ja vernünftiger Kerlstein, so, der, der nennt die richtigen Gründe, warum er irgendwie, Zweifel hat, oder, Digger, was, so, da, der Wind aufgehört, äh, der nennt die richtigen Zweifel, warum er da Angst vor der Impfung hat, nicht, weil er irgendwie, Bill Gates uns schütten will, oder so, aber das Problem ist, dass dann genau diese Idioten, obwohl halt, er nicht diese Argumente benutzt, ihn natürlich jetzt als quasi Korophee wieder nutzen, und so, ne, äh, ne, der macht das ja auch nicht, der sagt das richtig genau, die da oben wollen, muss zwingen, bla bla bla, wisst, was ich meine, so, ähm, das ist immer Punkt, Quatsch, oh, Quatsch, okay, sehr gut, nichts verpasst, oh je je, oh, ups, wartet, so, hoch damit, mit mir, nein, 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 das war dumm für mich, oh, nö, das ist echt ein guten Teil, äh, wunderbar, ich bin halt echt in Geschlechter zu erkennen, wann jetzt der Windteil ist und wann nicht, wenn ich ehrlich bin, aber gut, so, so, die letzte ist ja sie, okay, also haben wir alle, super, hey, hey, cookbook, who eat, who eat, he he, he he, I'm free, hee, oh, sehr schön, oh, oh, yeah, baby, dance, yes, yes, it's time to dance, sehr schön, freut mich, und das Video so gut durchgucken mit das Spiel. So. Beziehungsweise haben wir gesehen, dass Drainman Legends wirklich von der How Long To Beat Zeit weniger Stunden in der Hauptsäule als Drainman Origins aber auch nur eine Stunde als Origins soll elf Stunden haben und Legends zehn Stunden. Dafür hat Legends halt sehr viel mehr an Bonus-Content. Dann machen wir mal hier und jetzt haben wir wieder mehr heimgesuchte Level. Aber die machen wir dann mal mit der Schwester dann. Obwohl ich sie vom kurzen von den ganzen Prinzessinnen, würde ich jetzt aber doch jetzt sie mal gehen lassen. Wir haben jetzt schon wirklich sehr viel heimgesuchtes getan. Retten wir mit ihr Sibylla und mit Sibylla. So. Jetzt hier. Rette mich, wer kann. Fünf Totenschädel. Oh, ich weiß jetzt genau, wer jetzt schön upragen. Nice. Genau. Deswegen, das hatte ich das Problem, was ich meinte mit der Person des offenen Raums, dass halt ein Herr Kimmich sich natürlich, wie gesagt, nicht dessen bewusst ist, dass er dann für viele so ja diese Entscheidung trifft. Die dann sagen, okay, ja der Herr Kimmich hat das jetzt gesagt, ich hab Angst, deswegen wir klicken ja gar nicht mal so falsch. und dann genau irgendwelche Leute von ihnen, mit denen er sich ja nicht assoziieren will, seine Aussagen für ihre eigenen Machenschaften nutzen. Was natürlich auch nicht wichtig ist. Ich denke jetzt mal hier. Sicherlich, als er das Interview gemacht hat, da und seine Bedenken genannt hat, war sicherlich sein Ziel nicht irgendwelche Querdenkern Futter zu geben. Sondern halt einfach nur zu sagen, wie gesagt, er einfach nur Bedenken hat. Und er halt, sag ich mal, oh scheiße. Er natürlich, oh wow, ich war direkt vorm Ende. Das gibt's nicht. Warum schaffe ich es immer? Ich hab's halt wirklich perfekt immer Ich hab's halt perfekt, wirklich immer so knapp zu verrecken. So knapp vorm Ende, so knapp davor es zu schaffen. Und irgendwie krieg ich es immer hin, es richtig hart zu verscheißen. Warum? Das war die ganze Zeit falsch. Hä? Warum? Wie geht das Spiel nicht mehr? Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Ich weiß echt nicht, was ich gerade die ganze Zeit falsch gemacht hab. Hat mich ehrlich so richtig verwirrt. Naja. Weil hier, wie gesagt, ich will jetzt nicht zu große Töne sprüge, weil ich das schaffe. Aber dass sie hier 5 Toten stehen, das Schwierigste, was man quasi hat. Also, die letzte Beflammungsmission hier. Und, äh, ich hätte es hier fast so fast 3 geschafft. Ich hab's jetzt nur nicht geschafft, weil dann irgendwie noch im letzten Moment so ein kleiner Kopa-Fail mit dabei war. Ähm. Ja. Ich werde jetzt nicht hier zu arrogant werden, bevor ich's nicht geschafft hab, aber... Ne? Irgendwie das Spiel ist relativ einfach, oder ich hab's dann einfach drauf. Ja. Just saying. So, wenn das das Schwierigste, was das Spiel mir bieten kann, dann geht das halt in 100 Minuten, die sich hier so durchrasieren. Wie wollt ihr? Ich hab jetzt in meine Fresse gehalten, bis jetzt aber gerade in der letzten, offiziellen, quasi in der letzten, äh... Haupt-Sorry-Map. Welt-Map. Warum sag ich Map? Aber naja, wahrscheinlich wird's dann... Es gibt doch noch diese Bonus, weil wahrscheinlich ist die so hart, dass ich beginne zu heulen. Deswegen... Ich sollte nicht zu viel sagen, bevor's nicht alles geschafft ist. Deswegen krieg ich darüber auch nicht mehr meinen Maul, äh... verlieren. So. Ähm. Und ein nächstes Fuscheltier. We go. Aber ja. Wir wechseln jetzt auf die gute Sibylla. Ulupias Zwillingsschwester ist eine waschechte Minotaurin-Jägerin. Sie hasst diese kleinen Bieste und ist fest entschlossen, sie da an zurückzuschicken, wo sie herkamen. Oh ja. Das werden wir gerne machen. Aber Bonus-Masten, meine liebe Sibylla, werden wir uns erstmal ein schönes Kuscheltier anschauen, Blumes einsammeln und, ja... äh... uns um... vier Heimgesuchten-Level vielleicht. Äh, so. Okay. Okay. Gut. Dann aufs... zur Hauptgalerie... Ne. Ach. Ich hätte einfach das Heimgesuchte-Level aufnommen können, so. Äh... Ursprung. Zurück zu dem... Ja, zurück zum Ursprung. Rechnliche Extreme-Arausforderungen. Back to Origins, back to Origins. Okay. Gut. Dann machen wir mal unser nächstes Heimgesuchtes-Level-Faules-Früstchen-Heimgesuchte. Faules-Früstchen in der mexikanischen Welt. Jawel. Das ist jetzt Rassismus gegen Mexikaner, weil die Früchte bei denen faul sind. Go! Ich bin so. Ja, das ist wirklich dusk! Lalalalala... Du bist doch behindert und... Ich war kurz vorhanden des Levels. Wunderbar. Ich liebe mein Leben. Okay, da ist er weg. Ich weiß genau, ob ich jedes Mal der letzte Sprung vor dem Ende oder so garantiere ich euch. Ich schaff's halt immer vor dem Ende zu verkacken. Da war auch bei diesem einen Christopher, was du als Best of Moment markiert hattest. Oh, scheiße. Dieses eine, wo ich halt im Wahnsinn anheimgefallen bin in Origins. Wo es halt wirklich jedes Mal einfach nur vom Ende des Levels ich von uns gegangen bin. Da war immer definierend, der hier zu sehen. Ich kann jetzt auch nur zu dem Thema loswerden. Ja. Du mieses Steine, wenn ich das noch verkackt hätte. Aber natürlich, aber gleich. Ich bin jetzt mal kurz im Ende verreckt. Offensichtlicherweise. Eieieiei, aber dann hängt sie da noch in der Kante. Und deswegen hätte ich fast die Scheiß noch versaut, ey. Wunderbar. Hey, auch wieder geflammt. So. Wird ja genauso zu dem Thema rein. Die Verantwortung der Gesellschaft. Wartet nicht nur auf sich selber. Ja. Ich glaube, da ist alles schön durchgekaut, zumindest. Ja. Wie gesagt, ich habe mich zweimal schon geimpft. Ist halt auch einfacher, weil man, wie gesagt, besser geschützt ist gegen das Ding. Einfach auch für sich selber. Das ist eigentlich ziemlich gut. Sagen wir mal so. Durch den Vulkan, das wird ja klein gesucht. So. Help me. Go. Ich wollte gerade sagen, man muss um so ein Loch. Doch, was wer da ran will. Ich bin nicht mehr daran gewohnt, dass wir da so schnell sind. Da muss man ja wirklich ein paar Sekunden vorher schon reagieren, als man es halt gewohnt ist. Wenn man sehr viel schneller ist. Da hat der Wind wieder aufgefallen. Ich habe es nicht gehört. Ich merke jedes Mal nicht, wenn der Wind aufhört. Ich merke es nicht. Ich bin einfach blind dafür. Unglaublich. Ich habe es einfach wieder nicht gemerkt. Und dadurch habe ich halt natürlich eine komplett falsche Laufbahn dann gehabt. Ah. Oh Mann. Ja, weil ich dann an der Kante hängen geblieben bin, bin ich dann natürlich zu langsam. Oh, wann mache ich denn wieder den Sprung? Nein. Ja. Seine Raufbahnbahn, in der Weichh MAL. Na ja. Allein ist aber definitiv knackiger. Da merkt man ja allein schon hier, wie viel Fieder hier rumfliegt durch die Weltgeschichte Und das... Und dann werde ich da in der Wand zerquetscht Ist ja klar, Alter Ist klar Ich bin Lava, Alter Die Grechstigkeit jenen Geschehens ist mir immer noch Fremd Das war heute, das sieht man erst mal so geklappt, ne? Ich seufze Das wäre doch typisch Kuba gewesen, wenn ich beim letzten Schlag da noch verriegelt Hätte ich auch wieder heulen können Aber gut Sehr schön, ne? Wie gesagt, es läuft echt alles smooth in einem guten, gemäßigten Tempo Oder auch im Stellentempo komme ich hier durch Kann man aber auch schon wirklich wieder behaupten Kann man so sagen, auf jeden Fall Ja, das denke ich mir Das denke ich mir Gut, dann haben wir noch hier Noch zwei Ja, nur noch vier Noch vier Welten Vier Level Dann sind wir mit der Hauptzone, glaube ich, durch Dann haben wir noch diese Bonus-Welt Dann haben wir Backed for Origins Level Und dann war es das eigentlich, oder? Ja, Wolf hat doch damals irgendwie über 100 Parts in Legends gemacht Ist er so unfähig? Ich schaue nochmal, was der alles da gemacht hat in Legends Wahrscheinlich die ganze Zeit noch online im Content und so Wir sehen uns dann aber zum nächsten Part Bis dann und ciao